Hallo. Ich komme schon nicht mehr aus vor lauter Zedeln heute. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich bei einer Rede Zedeln habe. Aber ich tue die sofort wieder weg. Ich kann es nicht spielen, denn ich rede sowieso frei. Erstens einmal schön, dass so viele gekommen sind. Trotz des super Wetters. Wir sind mitten im Winter. Ich freue mich heute schon auf diesen Abend, weil ich glaube, das wird heute noch wunderschön. Ich möchte auch unseren Hauptecht heute gar nicht großartig stören, weil viele von euch sind wahrscheinlich auch wirklich wie in unseren Michael Brunnen gekommen. Ich möchte aber trotzdem ein paar Dinge sagen, die mich momentan massiv stören. Aber ich möchte es Ihnen einen kurzen Brief machen. Also normal rede ich relativ lang, heute rede ich mir relativ kurz. Ich habe es diese Woche mitbekommen, dass in Deutschland, im Deutschen Bundestag, die Impfpflicht zumindest jetzt einmal für ganz, ganz längere Zeit abgeschafft wurde. Und zwar mit deutlichem Votum. Mit 380 zu 290 Stimmen und ein paar Enthaltungen. Ich frage mich ernsthaft, warum die Deutschen das können und warum bei uns in Österreich ein völlig inkompetenter Gesundheitsminister von einer grünen Sekte samt einem noch viel inkompetenteren Bundeskanzler, der heute zum Mittagessen hat mit Herrn Selensky in Kiew, was eigentlich der volle Wahnsinn ist, uns immer noch weiter pflanzen werden und die Impfpflicht, die ja eigentlich jetzt einmal bis 31. Mai diesen Jahres ausgesetzt ist, dann mit aller Voraussicht nach dem 1. Juni wieder scharf stellen werden. Denn es werden in den Bezirkshauptmannschaften Leute eingestellt, Leute eingestellt, die dort sich dann um den Vollzug der Impfpflicht bei den Menschen da draußen kümmern sollen. Und das, liebe Freunde, ist ein riesengroßer Skandal. Und wir haben uns eigentlich doch, das Thema Impfung und Impfpflicht ist vorbei. Und wir von MFG müssen jetzt noch andere Themen zuwenden. Nein, mit nicht. Die spielen das definitiv in Österreich weiter. Und da müssen wir Vorsorge treffen. Des damaligen Gesundheitsministers Wolfgang Mückstein auf die Fragen des Verfassungsgerichtshofs kann man grob in vier Punkten zusammenfassen. Punkt eins. Es gab zu keinem Zeitpunkt in den letzten zwei Jahren irgendwo eine evidenzbasierte Grundlage, dass man das alles machen musste. Zu keinem Zeitpunkt. Punkt zwei. Es gab zu keinem Zeitpunkt in den letzten zwei Jahren. Und das ist die Grundlage gewesen für diese ganzen Lockdowns. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Überlastung unseres Gesundheitssystems. Wir wurden von Politikern, wir wurden von Ärzten, wir wurden von sogenannten Experten, Tierärzten, Simulationsforschern und sonstigen Palawatsch wurden wir von vorne bis hinten belogen, betrogen, manipuliert. Es wurde Angst gemacht, es wurde Panik verbreitet und die Leute wurden mit Angst in irgendwelche Maßnahmen getrieben, die zu keinem Zeitpunkt gerechtfertigt waren. Punkt drei. Man hat immer wieder argumentiert mit Überlastung der Intensivbetten. Wir haben keine Intensivbetten. Auch das ist gelogen und man hat uns auch hier manipuliert und das Falsche gesagt. Wir haben in Österreich, und das kann man auf der Homepage des Gesundheitsministeriums nachlesen, 2.640 Intensivbetten. Und zum Spitzenzeitpunkt waren nicht einmal 1.600 belegt. Das heißt, wir hatten 1.000 freie Betten. Wo ist hier eine Überlastung der Intensivbetten-Situation? Ich kann keine erkennen. Das war die dritte Lüge. Die vierte Lüge. Die vierte Lüge. Wir argumentieren mit 16.000 Corona-Toten. Das ist falsch. Die amerikanische CDC, das deutsche Robert-Koch-Institut und die österreichische AGES. Alle drei haben argumentiert, wirkliche Corona-Tote 5 bis 6 Prozent. Wenn ich von 16.000 Menschen 5 bis 6 Prozent hernehme, dann rede ich in zwei Jahren und einem Monat von 800 bis 950 Toten. Das sind die wirklichen Corona-Toten. Alle anderen wurden positiv getestet. Warum? Weil wir in Österreich Test-Weltmeister sind. Wir haben mittlerweile 175 Millionen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 175 Millionen PCR-Tests gemacht. Diese gesamte, ja da kann ich ruhig mal buhen, das ist unfassbar. Diese 175 Millionen PCR-Tests, nur diese Tests, kosten dem österreichischen Steuerzahler 5,2 Milliarden Euro. 5,2 Milliarden Euro. Mit einem Verbrecher zusammen, mit einem Herrn Selensky. Das ist ein Verbrecher. Und wir werden auch hier, wir werden auch hier die Wahrheit erfahren, so wie wir es über die letzten zwei Jahre erfahren haben. Die Medien haben heute nichts berichtet über die letzten zwei Jahre und über die Antworten von Herrn Mühlstein bei der Frage vom Verfassungsgerichtshof. Und die Medien berichten auch jetzt wieder nicht richtig, was sich in der Ukraine abspielt. Sei es wie es sei, jeder von uns macht sicher sein eigenes Bild. Aber eines ist klar. Wir in Österreich sind neutral. Wir sind der Neutralität seit dem Jahr 1955 verpflichtet. Und diese Regierung mit Teilen der Opposition hat unsere Neutralität weggeworfen. Weggeworfen, weil sie bei irgendeinem Spiel mitspielen, das wir alle kennen. Es ist beschämend, was diese Personen, das sind keine Menschen, das sind Personen, was diese Personen hier in Österreich aufführen. Und ich kann nur eines sagen. Es ist Zeit für Neuwahlen. Definitiv. Und Europa sich gerade selbst abschaffen. Wir haben uns mit den Sanktionen gegen Russland ins eigene Knie geschossen. Die Inflation im März, die Realinflation, nicht das, was im Handkopf drinnen ist. Die Realinflation im März ist bei 15 Prozent. Bei 15 Prozent. Und wir sind lange noch nicht am Ende. Das Ganze wird sich bei 30 bis 40 Prozent einpendeln. Und das muss jedem klar sein. Wenn ich dann 2.000 Euro habe, sind diese 2.000 Euro nur mit 1.200 Euro wert. Da werden wir landen. Und das haben wir einer Politik zu verdanken, die nicht für die Menschen da ist, sondern die vor allem einen großen Plan hinterher häkeln. Und damit muss jetzt Schluss sein. Wir werden nicht vergessen, dass unsere Kinder psychisch geschädigt wurden, indem sie Masken tragen mussten während der gesamten Schulzeit und sich testen lassen mussten, nur damit sie ihr Recht auf Bildung in Anspruch nehmen können. Wir werden nicht vergessen, dass alte und kranke Menschen einsam in den Spitälern und Altenheimen gestorben sind, getrennt von ihren Familien, getrennt von ihren Freunden. Aber wir werden jeden, der rechtswidrig und schuldhaft gehandelt hat, zur Rechenschaft ziehen und zur Verantwortung und in die Haftung nehmen. Wir stellen unseren victorious vor dem Thema! Wir werden jeden, der hier in die Haftung nehmen! Und die Haftung nehmen! Wir werden jeden, der hier in den Feen und deriet und der vier. Diese Lied ist und die erste Lieduser. Wir werden jeden, der wir in die Pfähen und den Pastorben kommen. Wir werden jeden, der wir in den Händen nehmen. Ich bin und bin und bin und bin und bin und bin und bin. Ich bin und bin und bin und bin und bin nicht mehr klar. Untertitelung des ZDF, 2020